eben kommt der käufer hat nicht mehr viel der verkäufer hat nicht mehr viel zeit achso sorry wo soll es stattfinden welcher handel auf deinen vierten plot und es geht sich um 255 k die provision übernehme ich wieviel kreis 55 55 glaube ich muss ich so lautstärke so ja du hast den spawner alter ich mach dich lauter und du bist jetzt leiser als vorher ich merke vor mir steht der hat den spawner gut dann gibt mir mal übernimmst die provi also also 60.500 so dass der lol jetzt wenn wir stehen hier lol ist so und der nächste das nächste an video das nächste an video ist da man das nervt doch was er denn macht so wie hieß der noch mal lol ist fatality lol ist man ich dachte schon zum günstiger handel ja ich dachte mir auch was er da so günstig war lol ist fatality da bin ich jetzt nicht so lustig nur ja kein ding so was passiert einer hat damit angefangen ja es tut mir trotzdem leid für dich vor allem ich habe jetzt gedacht er meint es ernst weil er dich zuerst angeschrieben hatte naja wenn er meint damit lustig zu sein ich finde es einfach nur ätzend ja damit kann er am gewinnspiel nicht mehr teilnehmen aber weißt du was die provision kannst du trotzdem behalten dann paste mir einfach die 50 zurück und die provi behältst du nee quatsch na komm du hast ja auch arbeit das wieder abzubauen ja du machst nicht das ist die arbeit als mittelmann darum nehme ich halt provi aber nicht bei handel die nicht zustande wird ja gut aber trotzdem ist das irgendwie stolz da steht gerade wieder jemand bei der schon mal gegrieft hat so ähm jetzt noch mal so du hattest mir 65.000 gegeben eigentlich wäre der preis 60.500 gegeben aber ist ok slash äh hey äh sonic1995 so jo oh man danke trotzdem danke weil die jo die letzten 25 neuer Merch Sponsored by Zwiebel Moment ich mach mal hier so wollte nur in die Aufnahme lol ja das kriegst du aber auch anders hin der preis ist dafür ganz schön hoch ne lol is fatality einmal gebannt immer gebannt dies ist mal die Wiese aber ich werd jetzt gleich mal ein Video machen haben wir auf antafen ja das weinen auch und dann ich glaube mit dem News ich glaube mit dem News